hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen set reprobiert mit mir setrick das ganze ist ein sponseres video das heißt wir erhalten wird erstellen dieses videos eine kleine provision dies ändert allerdings nichts an unserer meinung ich bin heute tag auf hat auf play wieder einmal die beiden links und rechts übrigens die kann ich nicht entfernen das spiel hat irgendeine komische auflösung und ich bin vollbild modus also entweder hätte das oder hat kein tollbild aber dieses spiel ist das sein kopf zu schützen ich muss ein bisschen leiser machen für uns alles so klingt schon richtig eklig click to play mehr als 50 level gibt doch mal mit zwei spieler ok verstehe das spiel muss also sein kopf beschützen was der ready set go blast off okay ready set go blast off sehr schön ready set go nochmals gibt mehr als 50 level hieß es dementsprechend haben wir auch unsere farbe man kann uns zwei leuten spielen also an einem pc wie immer halt bei allen spielen von tourplaygames.org also man spielt das spiel mit dem pfeil tasten nein hat eine sehr komische physik aber ist ok ganz lustig auch wenn ich habe mich gerade spiel stellen ja gewonnen muss mal ganz kurz hier noch was nachschauen eine eine sekunde ja gut heute ein bisschen längere video die steuerung ist halt so unglaublich unglaublich schnell also man man redet sich so richtig richtig schnell die ke ist so gut das ist unfair die ke ist so gut das ist unfair da habe ich dich da in die ecke gesetzt die dinge sind ja cool gut nächste runde ich hoffe euch geht es gut ich bin ja momentan nicht so auf youtube aktiv hat ein bisschen persönliche gründe ich habe schon ein bisschen viel momentan bei mir im private private live im dusen ähm blaster ready set go ha 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 nein er hat mich gekillt er war doch sehr im kopf da in privat spiele ich eh noch ein bisschen spiele ich momentan nur Euphias, hab jetzt Heu 4, also Parts of Iron 4 durchgespielt, noch wohin in der Runde gewonnen. Und jetzt spiel ich momentan Europa-Universal des 4 ein bisschen, um das ein bisschen zu lernen, damit wir es vielleicht auch spielen können. Ich spiel eigentlich, hab ich noch Troy, aber ich bin, find momentan bei Troy hab ich nicht so Bock, ähm, momentan zu spielen. Aber vielleicht spiel ich nachher wieder eine Runde Troy für euch. Das nehm ich auch komplett auf, das Troy-Display. Allerdings gibt's da drei Folgen, wo ich kein Audio hatte, drei Stunden lang, weil da sich was bei OBS umgestellt hat, das tut mir leid, aber ich kann auch nicht drei Stunden nachsynchronisieren, so viele Views wird das nicht kriegen und, ja. Na komm. Was ist das denn jetzt? Lol, das ist ja lustig. Okay, ein guter Trick, den wir mal haben. Victory! Tag of Hat! Ja, wie immer alle Spiele von 2PlayerGames.org. Cooperation mit uns ist der Design, der ich verpartner bin. Und, ja. Blast off. Ready, set, go. Auch mal hier. Blast off. Ready, set, go. Blast off. Ja, das Spiel ist wie immer in der Videobeschreibung zu finden. Ihr könnt draufklicken, könnt ihr selber spielen. Ich finde eigentlich ganz cool. Bisschen, äh, tricky. Ready, set, go. Blast off. Ready, set, go. Kommentator mir leider so ein bisschen auf den Sack für jetzt mal die gleichen Sätze. Ready, set, go. Blast off. Ob man den Boden nicht verrennen darf. Ready, set, go. Blast off. Ready, set, go. Blast off. Damit man da irgendwas anderes anstellen kann. Ich gucke gleich mal im Hauptmenü nach der Runde. Damit man da was anderes anstellen kann. Sonst wird es schwierig, weil eigentlich, ich habe immer angedacht, dass das Video ja ungefähr eine halbe Stunde geht. Ähm, dann frage ich mich, wenn es nur am gleichen Level sind, dass es nicht so viel sind. Ach komm, lass mich gewinnen. Ich gehe ins Hauptmenü und gucke mal, ob ich das machen kann. Ach, die Scheiße da. Ready, set, go. Ja, sehr schön. Gut, Hauptmenü. Man kann hier verschiedenen Endscore machen. Geht das unendlich. Kann hier unendlich machen. Sicher. Der 99. Wie lange nehmen wir jetzt auf? Halbstunde soll das Video vergehen. Es gibt sieben Minuten. Ich will nicht bis zu 90 spielen. Das dauert so lang. Äh, das klingt nix. Die Blastoff-Sounds kommt immer noch. Äh, wir spielen jetzt immer ein Spiel bis zu C, meine Freunde. Dann denke ich, dann war es das auch schon wieder. Weil, ich meine, es gibt da immer wieder gleich ein Level. Da steht es bei, es gibt 55 Level, aber das habe ich jetzt. Trotzdem immer dieselben. Also das mit dem Elektrozaun habe ich jetzt schon hundertmal gehabt und das hatte ich auch schon hundertmal. Oh, die Farben nervt mir jetzt schon. Blastoff Ready, set, go Blastoff Ready, set, go Blastoff Ready, set, go Ah, warte. Muss man erst so. Und dann kann man ihn so runterdrücken. Oh, guck, das ist ein neues Level. Das hatte ich jetzt zum Beispiel noch nicht. Blastoff Ready, set, go Blastoff Aber ich fühle mich doch noch ein bisschen, wenn du es jetzt noch Leute herkommst. Aber das hatte ich jetzt zum Beispiel auch den Tonlipp. Blastoff Ready, set, go Blastoff Oh, das ist meiner war und nicht meiner. Nein Ready, set, go Blastoff Ready, set, go Oh, ich muss genießen, go Blastoff Ready, set, go Blastoff Oh, sorry Muss ich nie sehen Oh 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 Blastoff Ready, set, go Blastoff Komm Blastoff Gewonnen Ah komm, eine Runde spielen wir noch mit so vielen Set, go Also jetzt, die Level wiederholen sich Blastoff Ihhh, das war die Frechheit Ready, set, go Blastoff Ready, set, go Blastoff Sehr schön Ready, set, go Das war schon ein kleines Ding Blastoff Haha Ready, set, go Blastoff Ready, set, go Blastoff Ready, set, go Ready, set, go Blastoff War gar nicht knapp oder so, nee, nee Set, go Uh, guck, das ist wieder ein neues Level Blastoff Oh Ready, set, go Gibt also noch verschiedene Level, aber die kommen halt einfach nicht so häufig Blastoff Ready, set, go Blastoff Komm Ready, set, go Ready, set, go Warten wir das Level schon Blastoff Acht, vier Ready, set, go Blastoff Ready, set, go Blastoff Ready, set, go Blastoff 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 Ähm Auf jeden Fall Das war's auf jeden Fall mit diesem Video Ich will eigentlich fürs Zuschauen Halbe Stunde kriege ich hier nicht voll Ich meine, das ist jetzt auch nicht so entertaining Ähm Kommen bald vielleicht mehr Videos wieder Mal schauen Ähm Wer nicht treu, mehr Bock auf zu spielen Aber irgendwie Bockst du mir momentan nicht Gibt das das neue DLC Muss ich mal gucken, dass ich mir das hole Ich bleib mich fürs zusehen Wir sehen uns Beim nächsten Mal Wieder mit einem neuen Let's Play Macht's gut Hau da rein, bis dahin Und tschüss